zu rappen und so und das hört sich und wenn das wenigstens gut wäre, aber das hört sich einfach scheiße an und dann kommt so ein Apo-Rap und macht so, habe ich letztens so ein Video gesehen macht so einen auf mega schlau und kritisiert auf einmal andere YouTuber, die rappen so nach dem Motto, er gehört nicht dazu, aber er ist so, er sagt so, er macht es gut er achtet auf seine Technik, aber wenn man ganz ehrlich ist, der ist eigentlich der schlechteste von allen das ist einfach Kacke, du hast doch deine Reichweite, mach doch dein Ding weiter, zeig den Leuten deine Schuhe zeig denen deine Klamotten-Sammlung oder wie du dir deine Haare glättest, aber ich verstehe nicht, warum man jetzt krampfhaft so rappen muss es geht denen doch nur um hier ein bisschen mehr Geld zu verdienen ich finde das so traurig, weil wir haben eine Geschichte, wir haben nicht einfach gesagt, wir fangen jetzt an zu rappen also wir bei uns, das hat mich meine ganze Kindheit begleitet, so weißt du, ich war auf keine Ahnung wie viele Rap-Battles gewesen mit Jasko damals, wir haben sehr früh angefangen, wir haben eine Geschichte, so weißt du wir haben damals erzählt, wie wir aufgewachsen sind und Duisburg, wir kommen von der Straße und so das sind unsere Themen gewesen, aber die rappen über keine Ahnung, Haare glätten und Schuhe und was weiß ich Mago, dein letztes Album, die beiden Alben habe ich auch schon